Achtung! Schnappschüsse! Keine Angst, nicht Sie! Sie doch nicht! Eintrittskarte verpflichtet! Nur die Bekannten, die Linken, die Rechten, einfach die anderen! Nur die, nicht Sie, werden schnappgelichtet! Achtung! Schnappschuss! Hart, schwarz-weiß, nicht Technikolor! Kein gesoftetes Licht, kein gepflegtes Dekor, einfach kalt, aus Hinterhalt! Klick! Erstaunter Blick über's Schnitz! Klick! Blitz! Augen verschreckt, Mund aufgerissen! Bildnis qualitativ beschissen, liegt aber nicht am Objektiv, liegt am Objekt! Achtung! Schnappschuss! Grell, hell-dunkel, nicht rosa getönt, nicht stromlinienförmig oder stölke geschönt, einfach kalt, aus Hinterhalt! Klick! Schnappschüsse sind Attrappschüsse, sind nicht kriminell, verletzen nicht anatomisch, zeigen blitzartig hell und unfreiwillig komisch das Opfer! Klick! Verfettetes Hirn, dick Brett vor der Stirn, schielender Blick, worauf? Auf Profit, Gewinn, auf Macht, auf Freundesgatten, auf fremden Gatten, auf alles, was andere haben und hatten! Ertappter Blick, wild über Bild, das Schnappschütz von ihnen macht, wehren sich mit Füßen und Händen gegen das Konterfei, das nicht das ihre sei, als ob wir's erfänden! Gelacht! Weil Fotograf nach Schnappschuss kann doch nichts für den abgebildeten Lapsus! Achtung, Schnappschuss! Auch in der guten Stube, Tag für Tag, Nacht für Nacht, ab halb acht bis zehn vor zehn, wo auch immer der Mensch des Menschen Wolf ist, ob es am Golf ist, in Bosnien, Golan, Türkei, die Bildschirmschnappschützen sind dabei! Bringen uns Eskalation der Gewalt via Fernsehanstalt, komplett Frankohaus, und als schnellsten, aktuellsten, mutigsten, blutigsten Schnappschuss direkt ans Bett! Achtung, Schnappschuss! Nein, ohne Achtung, ohne Warnungsvögerlich Hund! Keine Tarnung möglich, Mund verbissen, Nase gerümpft, Gewissen nur im Negativ sichtbar, Hände verkrampft in allen Taschen, hat eine die andere schon x-mal gewaschen, Vorsatzlinsen, Hinterrücks rechtbar, zeigen Vereintes unvereinbar, zeigen Grinsen, wo Lächeln gemeint war, Liebes als bös, gut gemeintes monströs, zeigen, wie Vorbild Bankrott wird, wie Bischof zu Gott wird, wie Parlamentarier dem Volk verpflichtet, sich's richtet, wie Rechtsradikal Honnett wird, wie Bundesrat zur Marionett wird, Lex Friedrich zu Klacks, die Umwelt zur Sau, das Opfer zum Täter, und liebende Väter, Grüße und Küsse vom Papi aus Fernost, zu Sexmaniacs! Achtung, Schnappschüsse! Steckt man das Negativ ins Säurebad, deckt man die unerfreulichsten Stellen ab, bläst man die verjässt unscharfen auf, und dann hochglanz drauf und knapper Beschnitt, dann wird jedes Schnappschussmotiv, wenn auch unterentwickelt, zum beglückend treublikenden, allgemeinen Zücksten, die am Bildrand freuen sich wie wild, über die, denen der Abschuss gilt, lachen sich übers Schnappschussbild halb krumm, merken erst später oder nie, auch sie, klick, gehören ins Album. Applaus